Hallo zu diesem Video über die SAP Analytics Cloud. Wir sehen uns gemeinsam die ersten Schritte in der Software an, um in den Folgevideos tiefer dann einzusteigen. Du kannst dir eine Testversion von SAP Analytics Cloud direkt auf der SAP Seite beziehen und diese ist dann 30 Tage lang gültig. Dort kannst du dann auch die ersten Schritte selbst durchführen und in aller Ruhe die Funktionen und Möglichkeiten ausprobieren. Bevor du in die Software einsteigst, noch ein wichtiger Hinweis. Die SAP Analytics Cloud unterstützt ausschließlich oder vorwiegend Google Chrome und den Microsoft Edge Browser. Das ist deshalb wichtig, wenn du nämlich einen anderen Browser verwendest, kann es sein, dass diese nicht verfügbar sind oder nicht richtig funktionieren. Soviel dazu. Ich habe mich nun in die SAP Analytics Cloud eingeloggt und habe dann folgende Startseite vor mir. Diese Startseite besteht standardmäßig aus mehreren Kacheln, wie man diese hier sehen kann. Und zwar sieht man, dass beispielsweise die erste Kachel mir anzeigt, welche Berichte ich zuletzt geöffnet habe und analog dazu eine Kachel weiter sehe ich auch noch, welche Analytic Applications, welche Anwendungen ich ebenfalls kürzlich geöffnet habe. Darüber hinaus gibt es eben auch noch die Möglichkeit, Kennzahlen und Diagramme auf der Startseite zu fixieren. Diese haben wir bereits standardmäßig vor uns, sozusagen als Inspiration. Und zwar habe ich hier eine einfache Cross-Margin-Berechnung. Und das Besondere liegt darin, dass ich nun auch von dieser Kennzahl in den Bericht hüpfen kann. Das kann ich durch einen Klick auf diese drei Punkte durchführen und kann hier auf Go to Sample klicken und gelange dann im Anschluss genau auf diesen Bericht, von wo ich diese Kennzahl auf der Startseite angeheftet habe. Ich kann auch dann wieder zurück zur Startseite mit einem Klick hier links oben und dasselbe ist auch nicht nur mit Kennzahlen möglich, sondern auch mit Diagrammen. Auch hier kann ich wiederum auf diese Grafik navigieren und gelange hier in diesem Bericht direkt auf dieses Balkendiagramm. Nun gehe ich einen Schritt zurück. Ich kann natürlich auch diese erweitern, diese Kennzahlen. Ich kann sie aber auch reduzieren, wie zum Beispiel hier über ein Delete. Ich kann auch auf Information gehen, um zu sehen, von welchen Subtitle bzw. Unterschrift Unterschrift und Überschrift ich sozusagen diese bezogen habe und kann somit sozusagen mir meine Startseite nach meinen Bedürfnissen gestalten. Auch ein wichtiger Hinweis oder auch eine sehr nette Funktion ist es, dass sich diese Kennzahlen auch in, unter Anführungszeichen, in Echtzeit aktualisieren. Das bedeutet, sollten sich die Daten im darunterliegenden Bericht ändern, so erhältst du anschließend oder sofort auch diese Aktualisierung hier in dieser Startseitenkennzahl mit. Nun möchte ich hier von der Standardeinstellungen oder von der Startseite nun auf weitere Bereiche eingehen. Und zwar, wie wir sehen, haben wir nun diese Startseite vor uns und diese standardmäßig in englischer Sprache. Wenn ich nun diese ändern möchte, so ist das nur über die Profileinstellungen möglich. Wo finde ich diese? Man kann grundsätzlich mal von der Navigation her sich wie folgt orientieren. Und zwar hier oben sieht man bereits die Menüleiste und darin gibt es nun eine Suche, die man nutzen kann und noch weitere Funktionen, auf die ich dann im Speziellen eingehen werde. Aber zunächst möchte ich ja in den Profileinstellungen die Spracheinstellungen anpassen. Das Profil befindet sich ganz am äußersten Rand und kann mit einem Klick auf die Profilesettings hier navigieren. Nun erhalte ich ein weiteres Menü und komme zu den Profileinstellungen. Nun kann ich diese anpassen und zwar hier mit einem Mausklick und kann sagen, es gibt hier die Sprache und es gibt hier auch die Data Access Language. Ich navigiere zunächst bei der Sprache auf Deutsch und kann hier auch mir noch die Info anzeigen lassen, weshalb es noch eine Zugriffssprache gibt. Und zwar kann man bei den Live Connections diese entsprechend anpassen. Wenn ich nun das Speichern möchte, wichtig hierbei am unteren Ende links unten habe ich die Möglichkeit, diese Profileinstellungen zu speichern. Ich klicke auf diese und habe nun die Sprache entsprechend geändert. Ich bekomme hier auch noch einen Hinweis, dass meine Browsersprache auf Englisch ist und diese auch gegebenenfalls wiederum auf Englisch umstellen kann. Ich möchte deshalb jedoch auf Deutsch diese beibehalten. Nun kann ich diese wieder schließen, diesen Hinweis und habe nun die gesamte SAP Analytics Cloud in deutscher Sprache. Nun gibt es auch noch weitere Optionen in den Profileinstellungen. und zwar kann ich hier dann noch Detailinformationen wie zum Beispiel das Datumsformat kann ich anpassen, wie denn sich diese, wie das Format aussehen soll. Uhrzeit, Zahlenformate, Skalierungsformate. Hier zum Beispiel beim Skalierungsformat ist der Systemstandard hinterlegt. Die Systemstandards können wir dann in einem weiteren Video näher eingehen. Diese sind sehr umfangreich. Dann gibt es auch noch bezüglich Wertungspositionen oder auch Benachrichtigungen, ob ich denn diese Hinweise erhalten möchte und falls ja, in welcher Form, ob in Systembenachrichtigungen oder auch in Benachrichtigungen zu Datenanforderungen. Ich kann das, wie gesagt, nun fürs Erste schließen und möchte noch als wichtigen Hinweis die Menüleiste abschließen und zwar, wie gesagt, kann ich hier nach Berichten zum Beispiel suchen, den Revenue und es wird der gesamte Inhalt der SAP Analytics Cloud nach diesem Suchbegriff dann durchsucht und könnte nun auf diesem Bericht dann entsprechend navigieren. Dann gibt es noch eine Suche nach Informationen. Das ist eine sehr nette Funktion, wo ich sozusagen Fragen zu bestimmten Daten stellen kann, um auch entsprechend zu navigieren. Alleine diese Funktion ist es wert, in einem separaten Video zu beleuchten und kann hier, ich versuche mal, ob ich hier eine sinnvolle Frage gestalten kann. Analyse Amount Invoice zum Beispiel. Das bedeutet, ich habe hier vorgefertigte Fragen, die ich dann verwenden kann und dann entsprechend in den Modellen suchen oder beziehungsweise anwenden kann. Nun wird diese ausgeführt und erhalte nun oder sollte nun eine Darstellung oder Kennzahl erhalten für den Amount Invoice. Jetzt kann ich noch das vorgeschlagene Modell anzeigen lassen. Gut, an diesem Punkt muss ich leider abbrechen, da ich noch keine Story erstellt habe, aber wie du siehst, kann man hiermit sozusagen intelligente Fragen zu den bestehenden Berichten durchführen. Wie gesagt, wird dazu ein separates Video entstehen werden. Nun, weitere Punkte, die noch von Interesse sein können. Ich habe hier noch die Glocke, die mir wichtige Informationen zu neuen Features anbietet. Ich kann das natürlich auch entsprechend filtern, falls es viele Nachrichten gibt. Dann gibt es auch noch sehr interessant der Zusammenarbeitsbereich und zwar Diskussionen. Ich kann hier auch entsprechend Diskussionen starten und Teilnehmer einladen. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Feedback zu senden und eine ganz mächtige Funktion, finde ich, ist diese Hilfe-Funktion, auf diese sehr viel Wert gelegt worden ist. Wenn ich auf diese klicke, erhalte ich nun ein weiteres Menü und wie du erkennen kannst, haben sie hier bereits sehr gut die einzelnen Menübereiche noch, weil es in einer Hilfe aufbereitet, die ich sehr ans Herz legen kann, um hier tiefer einzusteigen. Dann gibt es auch noch Lehrmaterial, zum Beispiel einerseits über das Learning Center und kann dort zwar in der englischen Sprache, soweit ich das hier erkennen kann, die einzelnen Schritte, wie ich zum Beispiel einen Bericht erstelle oder Daten einsammle und viele weitere Aktionen. Nun gehe ich wieder zurück. Es gibt auch noch die Community, in der ich auch nach wiederkehrenden Informationen oder einfach Austausch nach Fragen suchen kann. Wie du siehst, ist das, was in der SAP Analytics Cloud in den ersten Schritten möglich ist. Wir werden dann in den Folgevideos auf die einzelnen Funktionen näher eingehen und auch wie du eigene Stories und Berichte erstellst und auf was zu erachten ist. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen ersten Eindruck von der Software bieten und falls du Fragen dazu hast oder ich würde mich sehr freuen, wenn du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und freue mich sehr, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.